Die Schlagzeilen um Prinz Harry und Herzogin Meghan reißen einfach nicht ab. Zuletzt sorgten sie mit einer angeblichen Paparazzi-Verfolgungsjagd für Aufsehen. Jetzt wird sogar über das Befinden ihrer Ehe spekuliert. Wie The Sun erfahren haben will, soll es zwischen Harry und Meghan des öfteren Streit geben. Dieser könne so heftig werden, dass Harry sogar im Hotel schläft. So habe der Aussteiger Royal einen Rückzugsort in der Nähe von Montecito, der immer für ihn bereitstehe. Nach außen hin zeigen sich Harry und Meghan immer als starke Einheit und glückliches Paar. Da passen ihnen solche Gerüchte natürlich nicht in den Kram. Sogar ein Sprecher äußerte sich jetzt zu den Mutmaßungen. Das ist nicht wahr, lautet das kurze, aber unmissverständliche Statement gegenüber Page Six. Ob die Spekulationen damit jedoch aufhören, ist anzuzweifeln. Wie wir es mittlerweile von Harry und Meghan gewohnt sind, lässt der nächste Skandal sicher nicht lange auf sich warten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017